Ich kann nicht schlafen. Ich liege in meinem Bett und starre in das orange Licht der Plastiklampenkette an der Wand. Neben meinem Wohnzimmer läuft der Fernseher. Ein kaum gedämpfter Sing-Sang von Stimmen und Kanalwechseln dringt durch die dünne Tür aus Spanholz, die wir damals manuell in den offenen Durchgang zwischen den beiden Zimmern eingefügt haben. Die Vormieter hatten den Raum nebenan als Esszimmer genutzt und meine Bude war die Heimat ihrer Couch, ihrer Sessel und ihres Fernsehers. Wo jetzt mein Kopf liegt, summte ihre Bildröhre. Und wo jetzt Hartmut sitzt und zappt, saß die Familie beisammen und hörte sich Vaters Klagen über die Arbeit im Dampf von Knödeln und Kohlrouladen an. Ich drehe meinen Kopf zum Radiowecker. Es ist halb vier. Die blaue Stunde. Tiefste Nacht. Hartmut hört nicht auf zu zappen, schaltet sich durch die Programme und seufzt gelegentlich. Es klingt, als wären die Säufzer die einzigen Momente, in denen er überhaupt atmet. Ich stehe auf und öffne leise die dünne Tür, die wie der Eingang zu einem Wohnwagen aussieht. Ich schaue ihn an. Er blickt nicht zurück, bemerkt mich natürlich, hält seinen Blick auf den Bildschirm gerichtet und wartet, bis ich was sage oder wieder verschwinde. Ich stöhne leicht. Er dreht den Kopf. Kannst du nicht schlafen? fragt er. Und schon bin ich entwaffnet und wütend. Weißt du, sage ich, es soll mal einer die Theorie aufgestellt haben, dass sich zwischen den Kanälen eine andere Dimension befindet, die man nur erkennen kann, wenn man so schnell wie irgend möglich zappt. Eine Dimension, die Erlösung verspricht. Ich vermute, du bist auf der Suche nach ihr. Hartmut grinst und schweigt. Auf dem Bildschirm sind jetzt zwei Männer zu sehen, die im Wettbewerb Baumstämme durchhacken. Guckt mal, Lumberjack, sagt Hartmut und fügt hinzu. Das ist doch wirklich mal was Feines, oder? Nicht gut? Hartmut hat so einen speziellen Blick drauf, wenn er in dieser Stimmung ist. Es ist, als würde er seinen Körper nur benutzen, um durch ihn zu sprechen und Dinge zu sagen, die er unmöglich so meinen kann, die aber vollkommen glaubwürdig klingen, als würde die Person dort auf der Couch, in der irgendwo Hartmut drin steckt, es wahrhaftig so meinen. In diesen Momenten kann man nichts tun, es sei denn, man würde den Körper auf der Couch aufreißen und in seinem Inneren herumwühlen, bis man den lichtscheuen Hartmut rausgezerrt und die Couchkörperhülle ein für allemal entsorgt hat. Ich schüttelte den Kopf, gehe aufs Klo, schleiche in mein Zimmer zurück, sehe, wie Hartmut auf dem Teppich knient, die Videosammlung im Regal durchsucht und gehe wieder ins Bett. Am nächsten Abend trägt mich die Hoffnung. Hartmut und ich sehen gemeinsam zwei Filme. Hintereinander. Wir trinken Bier und essen Chips, lachen an den falschen Stellen und beobachten nebenher, wie draußen vor dem Fenster Hans-Dieter mit seiner Katze zu den Mülltonnen geht und seine Säcke wegschmeißt, während die anmutige Haustigerin oben auf der Betonbehausung der Mülltonnen im Laternenlicht herumstolziert, wie eine Diva auf dem Laufsteg. Gegen ein Uhr läuft der Abspann des zweiten Films und als ich mit betont selbstverständlicher Geste aufstehe, um den Fernseher auszuschalten, sagt Hartmut die Worte, vor denen ich mich die ganze Zeit fürchtete. Nee, lass mal noch ein bisschen an. Ich stehe drei Sekunden still vor dem Bildschirm und schaue ihn an. Er lässt sich nichts anmerken, trinkt an seinem Bier und tut, als wäre nichts gewesen. Als ich ins Bett gehe, läuft Angriff der Klapperschlangen auf RTL. Mit den Jingles der Telefonsexnummern in der Werbepause im Ohr schlafe ich ein. Nach wenigen Tagen hat sich meine Wahrnehmung umgekehrt wie ein Schattenbild. Ich schlafe ein in dem immer gleichen Gemurmel von Hartmuts Nachtprogramm und wache schweißgebadet auf, wenn er irgendwann den Fernseher ausschaltet und Stille eintritt. Die Stille bricht dann herein wie ein leiser Schreck und zerschneidet mit den plappernden Geräuschen des Fernsehers auch den Antriebsriemen meiner Träume. Die Bilder versiegen und der Motor kommt abrupt zum Stehen. Ich wache auf mit einem Sausen in den Ohren und kann bis zum Morgen nicht mehr schlafen, weil ich mich plötzlich verwundbar fühle, so ganz ohne Geräuschwand um mich herum. Ich beginne zu verstehen, warum Hartmut nicht mehr aufhören kann. Doch bevor ich diesen Gedanken zu Ende bringe, schlafe ich doch nochmal ein. Am Samstagnachmittag suche ich nach einem Buch, das bei Hartmut herumliegen muss und gehe durch unser großes Bad zu seinem Zimmer. Ein Berg Wäsche liegt neben der Maschine. Alte Barthaare kleben in einer Lache aus Seife auf dem Waschbecken. Ein Handtuch liegt auf der Schwelle zwischen Hartmuts Raum und dem großen Bad. Es schlängelt sich durch die halboffene Tür, als wolle es aus seinem Zimmer flüchten. Ich trete leise heran und klopfe. Hartmut? Nichts. Hartmut! Ich horche. Kein Schnarchen. Keine Geräusche vom Rumdrehen auf dem Bett. Ich will die Tür öffnen, doch sie klemmt ein wenig. Ich schiebe sie auf und sehe einen weiteren Bergwäsche, der dahinter liegt und zwischen Tür und Kleiderschrank klebt. Der Schrank ist offen. Und Bücher durcheinander. Hartmut ist nicht da. Sein Computer ist an und flimmert leise, eine völlig obskure Homepage ist angewählt, irgendein belangloses Klatschmagazin, das Hartmut eigentlich nie lesen würde. Hartmut würde allerdings auch nie seine Ordner auf der Erde liegen lassen, ein paar Blätter herausgerissen. So zerstreut er auch meistens ist, er bringt seine Dinge in der Regel in Ordnung, zumindest seine Papiere, seine Bücher. Es gibt ein paar Dinge, die macht er einfach nicht. Klatschmagazine im Internet lesen, Handtücher in der Tür liegen lassen. Neues von der Königsfamilie steht auf dem Bildschirm. Ich beginne, mir Sorgen zu machen. Am Sonntagmorgen höre ich das Pfumm des Fernsehers schon im Halbschlaf. Ich blinzele auf den Radiowecker. Es ist kurz vor zehn. Es muss erst fünf Stunden her sein, dass Hartmut ins Bett gegangen ist. Die Glotze muss noch warm gewesen sein, als sie wieder ansprang. Ich höre die überbetonten Stimmen von Figuren aus einer Kindersendung. Sie hüpfen durch meinen Schlaf wie kleine Wichtel, die um meinen Kopf schwirren und mich an Ohren und Augenlidern zupfen. Ich stehe mit verklebten Augen auf. Was soll das? maule ich ins Wohnzimmer. Hartmut sitzt in einer Unterhose im Sessel und ist unrasiert. Es tut mir weh, es zu sagen, aber er stinkt. Die Unterhose stinkt. Das kann doch nicht sein. Willst du nicht noch ein bisschen schlafen? Und überhaupt, was ist denn los mit dir? Ja, sage ich. Hartmut verzieht ganz leicht die Augenpartie, als wolle er sagen, dass man ihn nur noch ein bisschen trietzen muss, bis er mit allem herausrückt. Aber er rückt nicht raus. Stattdessen sagt er, ich weiß, dass dich das wahnsinnig stören muss, aber lass mich nur noch ein bisschen, okay? Nur noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kratze mich am Sack, als wolle ich eine gewisse Solidarität mit seinem Zustand ausdrücken. Es fühlt sich so an, als sei er das Opfer und ich würde ihn unter Druck setzen. Ich hasse das. Hartmut, das ist eine Kindersendung und wir haben früh am Morgen, sage ich, und Hartmut macht jetzt ein Gesicht, als hätte ich gerade den Grund geliefert, warum ich ihn weitergucken lassen soll. In diesem Blick wird es zur Selbstverständlichkeit, dass er morgens um 10 Uhr Kindersendungen guckt und selbst ich höre plötzlich den Satz, was soll man denn sonst tun, in mir, und fühle mich wie ein illegitimer Störenfried, der einem kleinen Jungen seinen Teddybären weggenommen hat. Verstört trete ich zurück in mein Zimmer und versuche noch ein wenig zu schlafen. Um 15 Uhr werde ich vom Ausschalten des Fernsehers wach und schnelle hoch. Ich schwitze wieder. Mein T-Shirt klebt an mir wie bei einer fiebrigen Grippe. So kann das nicht weitergehen. Ich stehe auf und sehe Hartmut über die Straße zur Pommesbude gehen. Er hat 5 Stunden fern gesehen und holt sich jetzt Currywurst-Pommes-Spezial, denke ich. Das scheint alles so selbstverständlich zu sein. Es macht mich schrecklich traurig. Ich schleiche mich aus dem Haus, bevor Hartmut zurückkommt und fahre mit dem Rad raus. Ich will einige Stunden Abstand gewinnen. Ich trage immer noch mein verschwitztes Schlafhemd. Ich schaffe es tatsächlich, bis zum späten Abend Rad zu fahren. Ich komme in Orte, die ich noch nie gesehen habe, entdecke Häuser, Waldstücke und Landstraßen, die sich fast wie Urlaub anfühlen. Ich drehe einfach nicht um, weil ich nicht nach Hause zurück will, nicht in die WG zu Hartmut und seinem Fernseher, ich sage schon, sein Fernseher. Und es kommt mir so vor, als wäre die ganze Wohnung mit beiden Flügeln schon Hartmuts reich, als habe sich Hartmut ausgebreitet wie ein Erdrutsch, der mich in die kleine restliche Ecke meines Zimmers drängt und schon an die Zimmertür drückt, die dieser Kraft nicht standhalten können wird, so dünn und improvisiert, wie sie ist. Dabei hat Hartmut gar nichts getan, außer sich gehen zu lassen und ist dabei zerflossen wie eine Welle, die alles und sich selbst zermalmt. Ich habe Angst vor ihr. Ich trete in die Pedalen, doch irgendwann muss ich zurück. Es ist dunkel, als ich um 22 Uhr das Rad in die Scheune schiebe. Es hat angefangen zu regnen und die kalten Tropfen prasseln auf das Dach des Anbaus und fließen glitzernd an der Lampe draußen vorbei. Eine Spinne hält sich in ihrem wackelnden Netz wie ein Segler im Sturm. Aus dem Wohnzimmerfenster flackert bläuliches Licht. Ich gehe hinein. Nimm jetzt den Fernseher und trag ihn in dein Zimmer, schreie ich. Ich habe mich auf die Wut verlegt, weil ich eigentlich Angst habe. Ich komme ja nicht an Hartmut ran, er ist immer noch versteckt in diesem Körper und solange er da drin ist, tut es mir weniger leid, wenn ich ihn anbrülle wie ein Tier. Aber da habe ich doch keinen Anschluss, fleht der Körper, in dem Hartmut steckt. Da nimmst du dir eben die ganzen Videos mit rüber. Es sind doch Dutzende, Hunderte. Brülle ich, fange an, unser Regal mit den Videos auszuräumen und werfe sie Hartmut auf den Schoß, beobachte mich selbst bei meinem Anfall und bin entsetzt, fühle mich wie eine hysterische Frau in einem schlechten Film und kann doch nicht aufhören. Ich brülle. Es ist doch völlig egal, was du siehst oder etwa nicht. Es geht doch nur darum, dass es weiter aus der Kiste fließt. Plötzlich wird Hartmut ganz still, als hätte ich die Weltformel auf den Punkt gebracht. Er sieht mir seit Tagen das erste Mal wieder in die Augen und sagt, du hast recht. Dann trägt er nach und nach den Fernseher, den Videorekorder und die Kassetten in sein Zimmer. Und zum ersten Mal weiß ich, was Traurigkeit ist. Ich traue mich erst, nach einigen Stunden zu seinem Zimmer zu gehen. Ich habe ihn vertrieben. Ihn, den Süchtigen. Es ist drei Uhr nachts, als ich zu seiner Tür gehe und vorsichtig horche. Der Fernseher läuft immer noch. Star Trek 7. Der Bösewicht Dr. Soren sagt, es heißt doch, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Leise werden Streicher im Hintergrund eingespielt. Und jetzt, Käpt'n, sagt Soren, läuft mir die Zeit davon. Ich öffne die Tür und gehe hinein. Hartmut sitzt auf dem Teppich, die Videos und Hüllen überall um ihn verstreut. Das Zimmer sieht schlimmer aus, als je zuvor. Es erinnert mich an die Reportage über Messis, die wir zusammen gesehen haben, gleich nach Jochens Schwertransporten. Da konnte Hartmut noch abschalten. Es scheint lange her. Er drückt auf Pause und sieht mich an. Es reicht nicht, sagt er. Es ist nie genug. Es reicht niemals. Er rückt sich ein wenig zurecht und dreht seinen Körper in meine Richtung. Die Dimension, von der du gesprochen hast, die Dimension zwischen den Kanälen, fährt er fort und das erste Mal sehe ich Feuchtigkeit in seinen Augen. Sie existiert nicht. Ich habe sie gesucht, so oder so. Ich habe mich immer wieder auf die nächste Sendung gefreut, verstehst du? Immer die nächste. Wenn es ein Uhr nachts ist und du liest in der Fernsehzeitung, dass um zwei Uhr nochmal dieser Film mit Arnold wiederholt wird, oder dieser Klasse Krimi, dann, dann... Er zögert ein wenig, als wäre es ihm peinlich. Dann freust du dich so, verstehst du? Dann bist du irgendwie zu Hause. Auf, unter und neben seinem Schreibtisch liegen die offenen Ordner. Der Kleiderschrank ist leer, die Wäsche liegt überall. Er muss seit Wochen nicht gewaschen haben. Weißt du, was Dr. Soren gleich sagen wird? fragt Hartmut und zeigt mit dem Finger auf das Standbild. Ich sage, irgendwas über die Zeit. Hartmut lächelt traurig und antwortet. Er sagt, wir lassen in unserem Leben so viele Dinge unerledigt zurück. Dann steht Hartmut auf, geht zu seinem Schreibtisch, öffnet eine Schublade und holt einen Stapel Zettel heraus. Weißt du, was das ist? Ich schüttle den Kopf. Ideen, lose, unfertige Ideen haben sich alle angesammelt, liegen hier drin und lachen über mich, lachen mich aus. Er rupft den Stapel auseinander. Roman, Roman, Kurzgeschichte, Aufsatz, Gedicht, Hausarbeit, ach, und sieh mal, hier steht, Trödelstand machen und hier ist eine Liste, was ich alles mal lesen wollte und hier noch ein Buch, das ich mal schreiben wollte und er lässt die Schuld dann sinken und zeigt auf den Boden. Waschen muss ich ja auch noch. Dann lacht er bemüht. Er kommt wieder zu mir, sieht mich an und sagt, ich habe mir oft gewünscht, ich könnte so sein wie du. Aufstehen, arbeiten gehen, Rad fahren, essen, spülen, Playstation spielen, in die Wanne gehen, eine Platte hören, ein Buch lesen, einen Film sehen. Aber ich kann nichts mehr zu Ende machen, weil ich nichts mehr anfangen kann. Deshalb kann ich nicht mehr aufhören. Er deutet auf den Fernseher. So kann ich mich immer auf den nächsten Film freuen. Irgendwie hat das Struktur. Und ich sage mir dann immer, alles andere mache ich danach, in einem schönen, großen Abwasch. Er lacht makaber und zieht die Nase hoch. Ich brauche ihn nicht mehr, aus diesem Körper zu zerren. Hartmut ist wieder da. Ich beuge mich zum Fernseher runter, schalte ihn aus, hole die Kassette raus und packe sie in ihre Hülle, knipse den Videorekorder ab, nehme das Verbindungskabel, gehe ins Wohnzimmer, hole das Kabel, das zur Anschlussbuchse führt, baue mich vor Hartmut auf, der leise protestieren will und doch wieder Glanz in den Augen hat und frage, haben wir noch irgendwo im Haus Kabel, die mit Fernsehprogramm und Videorekorder zu tun haben? Hartmut schüttelt den Kopf. Ganz sicher nicht? Nein, sagt Hartmut. Dann geht er zu seinem Computer und gibt mir sein Modemkabel, um auch das Internet zu kappen. Ich lächle. Und jetzt? Augen zu, sage ich und gehe aus der Wohnung ums Haus in die Scheune und verstecke die Kabel dort sorgfältig in einer alten Kühlbox. Als ich zurückkomme, steht Hartmut in der Küche und gießt sich ein Glas Milch mit Kakaopulver ein. Ruhig röte er in dem Glas herum. Die Lampe über der Spüle wirft ein gemütliches Licht. Hab sie versteckt, sage ich. Danke, sagt Hartmut. Es wirkt fast so, als wolle er sich von seinem Milchglas wegdrehen und mich umarmen. Doch er rührt weiter. Dann sagt er, Playstation zählt nicht, oder? Ich schüttle den Kopf. Die Station bleibt stehen. Spiele kann man nicht anschauen. Spiele muss man spielen. Hartmut nimmt das Glas mit Kakao und geht in Richtung seines Zimmers. Ich laufe hinterher und fange ihn im großen Bad ab. Was machst du jetzt? frage ich. Er stellt das Glas auf den Schreibtisch, nimmt einen der Zettel von seinem Stapel, blickt auf und sagt, ich schreibe eine Geschichte. Dann beugt er sich über seinen Schreibtisch und fängt einfach an.